Das Übergabegebet Herr Jesus Christus, bitte, nimm mir den Wunsch nach dieser Sünde, mit der du gerade zu kämpfen hast, schreibe sie auf, weg und ersetze ihn durch den Wunsch, das Richtige zu tun. Herr, ich spüre, dass ich gegen dieses Verlangen, und du schreibst es wieder auf, Pünktchen, Pünktchen, dass ich gegen dieses Verlangen nicht ankomme. Deshalb übergebe ich es jetzt dir. Ich will dem Verlangen nicht nachgeben, sondern geduldig warten, bis du es mir wegnimmst. Amen. Das ist ein starkes Gebet, das kann ich dir sagen. Wende es wirklich bei diesen Sünden an, gegen die du gerade ankämpfst. Ich habe zu tun gehabt mit Jugendlichen, die gegen Schokolade nicht ankamen, gegen irgendwelche Süchte und gegen irgendwelche anderen Probleme. Und dieses Gebet wird dir helfen, wenn du es täglich vor Gott bringst. Es wirkt. Und du wirst frei werden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!